S-Bahnhof Moin, willkommen im winterlichen Leipzig in der Nähe des S-Bahnhofs Koppiplatz. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 fahren zwei S-Bahn-Linien zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Grünau. Zusätzlich zur S1 fährt tagsüber die S10. Auf ihr werden rote Triebwagen der Baureihe 442 eingesetzt. Anfang Februar 2023 gab es in Leipzig einige Tage mit Frost und rauhreif. So waren die roten und die silbernen S-Bahn-Züge in einer weißen Umgebung zu sehen. Die Wiese3iiige Untertitelung des ZDF, 2020 Auf der Brücke fährt eine S3 nach Halle. Neben den S-Bahnen fahren hier auch Regionalbahnen und Regionalexpress-Züge von Abelio. Eine Woche später war das Wetter milder geworden. Diese Aufnahmen stammen vom S-Bahn-Halt Leipzig-Möckern. Rechts sind ein paar Stufen zu sehen, die vermutlich von einem früheren Bahnsteigzugang stammen. Das ist ein paar Stufen zu sehen. Das alte Empfangsgebäude. Das ist ein paar Stufen zu sehen. Das ist ein paar Stufen zu sehen. Auch die Züge der Erfurter Bahn von und nach Zeitz fahren hier durch. Das ist ein paar Stufen zu sehen. Mitte März fiel noch einmal Schnee. Eine E-Log Baureihe 185 von Captrain fährt durch Leipzig-Gohles. Das ist ein paar Stufen zu sehen. Oben fährt eine S-3 aus Halle nach Leipzig Hauptbahnhof. Am unteren Bahnsteig halten S1 und S10. An der aren Achauser Св Euch Metal Sch Joel без GERF, zur Seite B戟 Baron President der R altri. Ich rira, um auch noch nicht mehr in er absolutamente einen sparsen. Das ist ein paar Stufen zu sehen, bis zum München in Höhe auf Engelge aus dem Neuen Teil des Bouhls. H Aaron 1-Bad 2008 Ein Blick auf die genieteten Stützen des Bahnsteigdachs. Stützen des Bahnsteigdachs 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 Mit diesen Bildern sag ich für heute Tschüß und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020